Moin, moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Battlefield 3 Folge mit mir, mit euren Haseen, Easter Siemönchen, Popönchen. Wir spielen hier Rush, Spawn bei mir. Ah, nicht zu spät. Ähm, Rush Angreifer auf Charge Island. Kack Island. Ich sitze natürlich im Heli, professionell wie ich bin. Und was macht er da unten? Komm, komm, komm. Ich hätte dich als Scanner gebrauchen können. Ach so, ja, hier gibt's einen richtigen Attack. Scheiße. Ich hab's gemerkt. Da ist die Zoofrog. Wo sie hin? Ach nee, ich glaub, das war nur die animierte. Kann das sein? Das Maul ist bei mir Gunner. Gut oder schlecht. Weiß ich nicht. Kannst du nachher beurteilen, wenn du siehst, wie viele Kills er hat und wie viele du hast? Die haben aber so Flammen. Ich hab Bauch. Nee, die haben ikler. Oh, oh, die wird treffen. Die wird treffen. Uh, uh. 28%. Äh, Mann, was häng ich hier fest? Hallo, Vortrieb. Warte mal eben. Ich bin hier echt auf Steinen fest. Äh, nett, der bleibt auf der Gunner-Position sitzen, während ich repariere. Und switcht nicht einfach. Okay, wir müssen aktiver, aggressiver. Heli von denen seh ich eh nicht, also lass rangehen. Jetzt bin ich dann am Plan. Also ich bin hier auf Steinen gegroundet und mach was ihnen okay ist. Kacke. Mir hilft ja auch keine Sau. Alter, ich hab den gerade, der die beschossen hat, weggeschossen. Ja, du. Du zählst aber noch nicht beieinander. Aber wie siehst du das? Aua. Ups. Ey, dieses dumme Scheiß-Drechtskartner. Ich hab einen T-90 aus der Luft geholt. Peinlich. Ich bin hier der mobile-Spawn-Punkt, oder so. Und steig doch aus. Ja, wenn du noch Kills machst, dann geht's doch. Ja, ich halte auf A drauf, aber ich seh durch den Rauch hier irgendwie nicht. Ich warte auf den Heli. Falls der mal kommt. Ist das Thunderbolt hier, oder was ist das denn? Halbjet. Den seh ich gerade nicht. Ja, ich hab ihn markiert. Das ist die Sufog. Die ist böse. Die musst du abschießen. Alter, die Scheiße spawnt nicht. Ich hab den Panzer des Abel. Scheiße, der Thunderbolt ist weg. Wenn er tot ist, Heli kommt gleich. Wir haben ja auch alles eingenommen. Der Ruf. Der Ruf. Der Ruf. So, ich bin dann mal wieder in der Luft. So, ich fliege allein, dann kann ich auch wenigstens meine TV-Raketen präzises einsetzen. Oder auch nicht. Das ist ja noch ein neuer Panzer hier irgendwo, oder? Den hat der Wichser sich geholt. Anti-air. Anti-air. Ich bin doch blöd, das ist ja mein Panzer. Ich versuch's nochmal. Ich fliegt sich nix. Ist du da so ein Heli? Ja, willst du mich fliegen? Roter Rauch, roter Rauch. Ich komme. Oh ja, das ist diese Widervermeidigung. Da, vor uns. So flammt, schieß es weg. Ist weg. Das ist eine Stormwalker. Aber erst so viel schöne Infanterie auf dem Felden da. Ja. Die Minen nicht zerstören. Erst wenn ein Fahrzeug von denen drüber gurkt. Ich brauche ein Fahrzeug. Okay, wir müssen ihn rausnehmen, bevor er aufbaut. Könnt ihr treffen? Untergegen? Ja. Na, das Berg war noch weg. Da hinten. Der vor uns. Der schießt genau, der hat auf uns geschossen. Ist da heute. Ja, aber an den links auuuuuch. Komm, komm, komm. Warte. Geht raus. Geht raus. Kannst du noch retten? Ja. Du bist so früh rausgesprungen. Kannst du noch reinsteigen. 100%? Ja. Ach ja. Alter, geht mir das Gepiep ums. Kann man da nicht ausstellen, ey. Kann man da nicht irgendwo ausstellen, diese Scheiße, ey. Da seid mit vier Infanterie, geht da mal rein. Ach. Guck was. Ah. Sehr gut. In den Ofen dann, ey. Da kommt einer am Fallschirm vor uns. Der ist... Der hat's hinter sich. Da hinten, der genau. Der hat auf uns geschossen. Und der am Wasser unten. Jetzt auch mit dem Heli weggenommen. Auf jeden. Wir haben keine Heli. Haben wir so lange Panzer? Ja. Ich bin irgendwo gegen gefahren. Der Ruf... Der Ruf ist auf dem Feuer. Wir brauchen keine Heli. Lass den Mothafuckern... Burn! Burn, Mothafuckern! Burn! Da vorne ist auf den Straßen. Da vorne. Kannst du reparieren? Wow, wow, natürlich kann ich auch reparieren. Hau ich zurück. Einen von den Spacken habe ich. Funk-Dr. Spock habe ich. Ich muss echt mal näher kaufen. Wieso kriegst du Punkte? Ich sehe... Dafür sehe ich von wo genau die schießen. Aber ich sie nicht treffe. Komm mal rein. Da vorne an der Ecke steht einer. Der steht nicht mehr. Links war irgendwo was. Aber ich habe keine Ahnung. Ich fahre hier einfach mal her und... Heddy's hat scharf gemacht. Warum nicht? Ist ja voll der Pro. Im Gegensatz von mir gerade. Ja, den Racer habe ich weggenallt. Oben im Haus ist einer. LOL. Sitz an der Tower anstatt zu entschärfen. Ja, ob da geht's. Ist ja auch TDM hier, ey. Guck mal, der vorhin steht. So, kann ich töten. Hostile Personal. Auf deinem Kopf. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Burn. Da kommt ein Fahrzeug. Heißer Panzer. Heddy's hat es eingeloggt. Wer kann das? Ich habe nur nichts damit... Und ich werde getroffen, ist das Problem. Bestimmt. Muss repariert werden. Ich bin wieder voll. Haha, ich bin wieder voll. Heddy, 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 Heddy. Heddy, Heddy, Heddy. Heddy, Heddy, Heddy. Scheiß auf Piez, Miet, Bram. Vielleicht. Scheiß auf weiß. Lässt mir auch keinen über, ne? Ey komm, davor hast du gen... Aua. Dafür hast du die ganze Zeit hier... ...im Heli, ja? Nein, steif, steif. Aua, hinter uns. Boah. Ja, fast gesniped. Ich seh nix, sorry. Nein, ist der Koks. In dem Haus. Siehst du, ich habe ihn markiert. Hinter uns. Ah, da oben. Hab ihn getroffen. Jetzt ist er weg. Aus Erschussreich. Was? Jetzt noch hier so'n Flugzeug abschießen. Oh, oh, tau. Da liegt ne Mine. Fahm ich mal zu B rein, jetzt. Hab ich? Kann ich dir ein Loch in der Wand machen? Ist okay, geht aus. Entschuldigung. Sorry, geht wohl nicht so. Danke. Schärf. Die wird aber so schnell nicht mehr entschärft. Nee. Guck mal, da läuft einer. Ich glaube, oben auf dem Dach sind welche, aber... Kann nur ein Slatter sein. Solange sie kein C4 haben. Hinter uns. Da komm ich gar nicht hin. Oh, du hast den Koppel. Ah, ist aber immer noch scharf. Oh, ja, Baby. Oh, yeah, Baby. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese schöne Schnelle. Hat dir ja nicht gefallen, Mann. Ja. 14, 1, 13, 2, was ist denn noch mehr? Oder Heddish hat 0,5? Also, schaltet auch nächstes Mal rein wieder, wenn es heißt, Let's Play Battlefield mit euren Ruhrpott-Gamern. Bis dahin, macht's gut. Tschaui. Tschut! Tschau. fit